Oh, da bin ich euch aber dankbar, dass ihr weitermacht. Also ja, war schon ein bisschen viel. Klasse Protokoll und so. Okay, trotzdem, weiter geht's. Warum ist hier kein Xcode? Weil ich werde jetzt unser Projekt in einen anderen Ordner hineinheben. Könnte ja sein, dass was ändern und dann habt ihr eben das Ergebnis passend zum Video im Step 2. Und weil ich das Wissen da nicht für mich behalten will, denke ich, machen wir das einfach gemeinsam. Ja, da brauche ich aber keinen Screenflow, sondern einen Finder. Und dann gehen wir hier in die App-Werkstatt, Udemy, Einsteigerprojekte, Kapitel 2. Und hier im Step 1 war ja unser View und so. Und dann können wir das doch ganz einfach duplizieren. Und das wird dann Step 2. Und jetzt kann ich wieder im Step 2 in das Projekt hineingehen und öffnen. Und hier mache ich es mal mit der rechten Maustaste Öffnen mit, weil ich habe halt auf meinem Rechner das aktuelle Release Xcode 8.3 und das Xcode Beta für 9.0. Und ich möchte das jetzt hier öffnen mit Xcode Beta 9.0. Und so sind wir jetzt im Projekt aus dem Ordner Step 2. Und wir sehen also hier ganz wunderbar, dass wir schon unser App-Delegate aus dem letzten Video haben, aber eben aufgeräumt, denn nicht alles, was im Template steht, war ja wichtig. So, jetzt gucken wir mal in die nächste Klasse herein. ViewController.swift. Aha, gute Nachricht. Das sieht doch schon mal übersichtlicher aus. Okay, finde ich auch. Dass das Kommentare sind, wisst ihr, dass wir das UIKit importieren müssen, wenn wir mit UI-Sachen arbeiten wollen, wisst ihr auch schon. Und dass jetzt ViewController eine Klasse ist, die eine andere Klasse erweitert, die da heißt UIViewController und wir mit der rechten Maustaste Jump to Definition da auch mal hinkommen. Das wisst ihr auch. Ah, schön. Hier habe ich was Neues für euch. Hier seht ihr nämlich den anderen Kommentartyp mit Schrägstrich Stern. Das ist dann so ein Blog-Kommentar. Alles hinter einem Slash-Stern bis zum folgenden Stern-Slash über mehrere Zeilen. Hier sind es echte Zeilen. Ist dann auch ein Kommentar. Seht ihr, müssen wir uns gar nicht so mit Zwift und Detail und Playground und Kommentaren beschäftigen. Wir finden doch alles live im Projekt. Naja, also nochmal, was habe ich gemacht? Hier oben springe ich wieder zurück. Ich bin auf UIViewController gegangen, rechte Maustaste, Jump to Definition. Und ich zeige euch das tausendmal und ich werde es auch mindestens hundertmal erklären. Macht das einfach so früh wie möglich. Springt in die Definition der Klassenprotokolle, was auch immer, von Apple. Und schaut mal, was ihr da alles findet. Klar, jetzt im Moment hilft uns das noch nicht viel. Das verwirrt uns eher. Ja, das UIViewController die Klasse UIResponder erweitert, aber die Protokolle NS-Coding, Appearance-Container, blablabla, Trade und Focus Environment die Protokolle implementiert. Das müssen wir ja alles im Detail nicht wissen. Wird auch nicht abgeprüft. Ist auch nicht nötig, wenn man Apps schreiben will. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und es schadet ja nicht zu sehen, dass Apple auch nur mit Wasser kocht und letztendlich eben hinter dem, was wir hier verwenden, eine Menge von Quelltext steht. Worauf ich jetzt aber hier abzielen will, ist, dass ihr mal seht, okay, da gibt es die Klasse UIViewController. Und ohne, dass wir jetzt hier jetzt alles anschauen, gibt es so etwas wie eine Property oder auch ein Attribute. Ich bleib mal bei Property. Und das heißt eben View. Also ein UIViewController hat wohl so etwas wie einen View. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft. Und unser Projekt heißt ja nicht umsonst View und so, weil wir wollen uns ja genau mit diesem View beschäftigen. Muss ich das denn jetzt hier im Quelltext machen? Und ich sage mal bewusst bis zu einem gewissen Punkt unter Umständen Ja. Einfach, um jetzt bei euch im Kopf für Klarheit zu sorgen. Okay, so viel mal als Ansatz. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Methode, die heißt ViewDidLoad. Ja, und sie überschreibt sogar etwas, was unser UIViewController scheinbar schon kann. Also nochmal, wir sind ja eine Unterklasse der Oberklasse UIViewController oder wir extenden UIViewController. UIViewController, rechte Maustaste, Jump to Definition, hat wohl so etwas wie ViewDidLoad. Und eine Methode, die eben aufgerufen wird, wenn der View geladen ist. Ja, das werden wir im Detail dann auch nochmal ausklamüsern müssen. Aber wichtig ist, Apples Klasse UIViewController hat eine Methode ViewDidLoad und die macht auch etwas. Leute, ganz wichtig, wir sehen hier nicht den Quelltext vom UIKit. Wir sehen hier nur die Interface Beschreibung. Ja, was da wirklich dahinter steht, das behält Apple fein für sich. Aber wir sehen zumindest, dass es eine Methode ViewDidLoad im UIViewController gibt und dass wir diese überschreiben können. Wie gesagt, ich bemühe mich hier eine flache Lernkurve zu bringen, dass wir möglichst schnell was auf dem Schirm sehen. Denn, wie gesagt, nur Theorie und das zwei Tage lang, dann könnte euch vielleicht die Lust vergehen. Also, was macht man denn, wenn der View geladen wurde? Dann rufen wir als ViewController auf. Lieber Chef, super. Das ist nämlich unsere Superklasse. Das ist also der ViewController, den wir erweitern. Lieber Chef, mach du doch jetzt mal alles, was Apple da machen wollte. Und jetzt hier, da können wir danach etwas tun. Denn wir haben festgestellt, UIViewController hat eine Property, die heißt View. Und mit diesem View wollen wir was machen. Dann wollen wir doch mal so was machen wie View. Deine BackgroundColor soll jetzt einfach sein. Eine UIColor. Und zwar hätten wir das jetzt gerne mal in Rot. Ah ja, da ist meine Kuckucksuhr. Ist also wieder mal die volle Stunde rum. Gehst du weg, du Kuckucksuhr. Also, ViewBackgroundColor gleich UIColorRed. Wir wollen, wenn der View geladen wurde, und die Hintergrundfarbe von unserem View auf Rot setzen. Und ich zeige das hier im Code alleine, damit ihr versteht, aha, da gibt es die Klasse ViewController. Die hat eine Property View. Da ist sie. Und mit der kann ich hier etwas tun. Ja, die wurde also nicht irgendwo hergehext oder jede Klasse hat einen View. Sondern ganz im Speziellen haben wir diesen View, weil wir die Klasse UIViewController erweitern. So, da haben wir wieder viel erzählt. Jetzt wollen wir natürlich auch das Erfolgserlebnis haben. Und ich drücke mal hier oben wieder auf Run. Und wir wissen schon, was passiert. Es kommt der Simulator nach vorne. Nach einer gewissen Zeit. Hier ist er doch. Der lädt sich jetzt so langsam. Bin ja welcher zu nervös. Kann es gar nicht abwarten. Aber glaubt mir, er käme auch automatisch in den Vordergrund. Und jetzt wird eben hier unsere App mal gestartet. Ja, warten wir doch gemeinsam, bis es soweit ist, oder? Ach, kann ich ja auch mal verschnaufen. So, und wenn unsere Anwendung dann komplett da ist, dann wird der Hintergrund auch richtig kräftig rot. So, also, jetzt haben wir mal tatsächlich was im Quelltext gemacht. Ich habe natürlich ein bisschen vorgegriffen. UI Color und Background Color und so. Aber ihr seht, ich kann also vom Quelltext heraus mit diesem View schon etwas tun. Und dann haben wir schon eine Methode besprochen, ViewDidLoad, die also wohl aufgerufen wird, wenn der View geladen wurde. Dann heißt, er ist noch nicht auf dem Bildschirm. Er wurde nur geladen. Was da noch im Detail kommt, machen wir in den nächsten Videos. Und kurz zum Abschluss, weil wir uns ja hier um unsere Klasse ViewController kümmern, da ist noch eine weitere Methode überschrieben, nämlich DidReceiveMemoryWarning. So, also, wenn wir eine App schreiben, verbraucht die Speicher. Und jetzt kann es sein, dass sie sehr viel Speicher verbraucht. Könnte ja sein, dass ihr irgendwelche Videos oder Audios aufnehmt oder von Flickr tausend Bilder euch downloadet. Und wenn auf dem iPhone der Speicher knapp wird, dann schickt sie dir, also dann schickt iPhone, der App, die da gerade läuft, so einen Memory Warning und sagt, du, liebe App, pass mal auf, ich kann bald nicht mehr. Ich laufe hier out of memory. Kannst du bitte Speicher frei machen? Da wäre ich dir sehr verbunden. Ja, und wenn wir das denn könnten, dann würden wir das hier in diese Methode hinein schreiben. Aber, da unsere App eh nicht viel macht, außer im Moment mal die Hintergrundfarbe auf rot zu setzen, die Standardimplementierung von dieser DidReceiveMemoryWarning-Methode ohnehin nur die von unserem Chef aufruft, nämlich die aus dem ViewController, dann brauchen wir das Ding hier auch überhaupt nicht machen. So, also, auch das können wir löschen. Nicht alles, was das Template mitbringt, gilt als in Stein gemeißelt und golden, sondern manches ist eben einfach nur so als Erinnerung da. Selbstverständlich gehört es zum guten Ton eines App-Entwicklers, Speicher frei zu machen, wenn das System Speicher anfordert. Aber was sollen wir tun? Wir haben keinen zum Freimachen. Wir haben doch nur die Farbe von unserem View geändert. Und das ist dann das nächste Video gewesen. Neben dem AppDelegate waren wir mal im ViewController. War auch wieder heftig. Wir haben tatsächlich Code geschrieben und irgendwas ist passiert. Und im nächsten Video gucken wir dann mal, ob wir diesen View auch auf dem Storyboard finden und ob das Ganze nicht irgendwie auch einfacher geht. Und im nächsten Video gucken wir dann mal,